Man schrieb das 23. Jahrhundert. Es war die dunkelste Stunde der Menschheit. Die Kontrolle, Kryo ist abgeschlossen. Bringe Navigationssysteme online. Verstanden. Alle Anzeigen stehen auf grün. Gut zu hören. Bringe Primärtriebwerke online. Wie sieht's da draußen aus? All Systeme mit drei Verkündung starten in T-10 Minuten. Countdown läuft. Kontrolle? Feine im Anflug. Ankunft in 10 Minuten. Soll ich abbrechen? Negativ. Start immer noch frei. Ich wiederhole. Der Krieg tobte schon fast 100 Jahre lang. Wir kämpften bereits so lange, dass sich niemand mehr an den ursprünglichen Grund dafür erinnern konnte. Alles, was wir wussten, war, dass es zwei Seiten gab. Die Koalition und die Allianz. Seit Jahrzehnten starben Millionen immer wieder für dasselbe Stück Fels. Dann endlich konnte eine Seite die Oberhand gewinnen. Die Koalition. Säger der Koalition kommen aus dem Spur. Alle Jäger angreifen. Säger der Koalition. Säger der Koalition. Säger der Koalition. Fünf Schlafschiffe. Man hoffte, sie würden weit weg vom Krieg und Zwist, die die Erde befallen hatten, neu beginnen. Ohne jene Vorurteile anfangen, die uns so lange schon entzweiten. Jedes Schlafschiff wurde nach der Herkunftsnation benannt. Die Bretonnia, die Rheinland, die Hispania, die Cusari, die Liberty. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit brachen die Kolonieschiffe durch die Blockade der Koalition und flogen in Richtung des Sirius-Systems. Das war vor 800 Jahren, als wir herkamen, um unser Leben neu aufzubauen. Seit damals sind wir einen weiten Weg gegangen. Wir sind gewachsen. Wir konnten gedeihen. Wir konnten aufblühen. Aber wir werden nie vergessen.